Wir sind da noch nicht drin. Siehst du, das war für uns der Verzeihung. Aber sie passen. Jetzt noch eine Stunde langereisend. Die sind schon drin. Das ist sie. Wir haben hier noch eine neue Kampfergerutsche. Das war ein Tetscher. Die hat es drüber gehen. Die war die erste Lieferserie. Genau. Du hast eigentlich nächste Woche reden. Nächste Woche sind es losgegangen.